es geht ab jetzt und hat die natürlich am start wir haben was bekommt es war ursprünglich eine box müsste gehen raus link ist unter der beschreibung natürlich nie wer verkäufer dann ja die koreanische snackbox bekommen und da habe ich noch was bekommt eine balkan osteuropa box diesmal aber die haben echt übertrieben wir haben schon mal versucht das zu drehen die kotzen drei vier sachen gegessen und ist immer noch randvoll das gar nicht wie wir das machen wollen das ist total haben auch keine ahnung wir können erstmal alles anschauen und dann glaube ich nur das essen was das anspricht ja weil das ist echt viel weil wir schaffen nicht alles man da spricht mich schon direkt an marshmallow keks schokolade habe ich noch nie gesehen perfekt sandwich kek waffeln waffeln schokolade hier sogar vegan das mit vanille vegan diese form ist so wie dieses ballisto kennst du das ja wo da oben immer so dinge ist ja mit dem keks blaubeeren das spricht mich auf jeden fall an kuchen mit schoko wieder waffeln banane oh mein gott richtig 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 schokolade richtig schokolade ich war doch so gut wir hatten wir doch so ähnlich der amerikan in amerikan version den probieren wir auf jeden fall da können wir gleich mal reagieren marshmallow mit kokosnuss das sieht heftig das sieht auch krass aus der sieht echt heftig aus erzbeermarschmello und dann haben wir hier haufen so kaufbomben so einfach so bonbons oder was auch immer was das dr milk heißt es kann mir schon vorstellen wie die schmecken mit so karamellen wie ich noch mal danke wie gesagt links unter der beschreibung zu deren ebay shop oh yes und da waren jetzt zu viel drin oder wie das ist ja gleich weg eigentlich vier stück voll die riesenpackung kann man ja direkt aufessen eigentlich so da habe ich jetzt ein paar die machen wir sehen wir mal gleich hier weiter ich glaube das sind die selben bloß halt jetzt mit schokolade sagen aber mit kokosnuss ich mich ein bisschen an diese dickmann selbe prinzip eigentlich bis auf den also auf den boden hat der boden ist viel besser als bei dickmanns richtigen kicks also ja richtigen kick sein hat die waren klasse das kokos noch mal extra da muss man echt sagen da kommt die schokolade gar nicht so krass rüber sehr cremig schaut gut aus riecht auch also er ist lecker aber mächtig fette creme oben noch drüber aber kein vergleich zu diesem amerikanischen noch schön weich ganz ehrlich man jetzt haben wir jetzt mal drei sachen gegessen alle drei sachen gut beim amy ding war ja eigentlich alles schlecht man bei allen ist halt so ein bisschen immer so kuchen oder keks basis und dann noch so dieses marshmallow ja ich sage dass er dieses osteuropa thema die machen das immer so richtig geil das ist jetzt mit so mooncake mooncake aber mit erdbeer typischer mooncake aber wer hat es erfunden das ist ein bisschen trocken so einen ganzen runter zu kriegen ist echt schwierig man das beste ist das größte auf jeden fall das auf jeden fall roida ob der gefüllt ist mit schokolade aber eigentlich ist es gar kein donut das ist ja eigentlich kuchen das ist so ein kuchenpeig was nicht schlecht ist also der ist nicht schlecht naja die auf jeden fall relativ schnell auf jeden Fall Schmeckt auch nach Blaubeerde. Oh ja, den mag ich. Mach den Keks. Sehr lecker. Der Keks ist echt geil. Der ist echt gut. So, jetzt testen wir mal einen Keks. Ah, ich kenne die. Die sehen aus wie diese... Oh, ich weiß nicht wie die heißen vom Namen her. Das ist eine sehr rosane Packung oder? Oder was meinst du? Gut. Einfach und gut. Oder? Also... Ha? Die sind alle so, dasselbe Prinzip. Einfach und lecker. Ich bin nur noch, glaube ich, der Ultraschokoladige. Ja, Mann. Dann war's das. Der Geist ist dasselbe. Mehr geht aber ich nicht mehr. Ich glaube, bei dem braucht man so ein Glas Milch oder so. Ja, wahrscheinlich. Oh mein Gott. Oh, der bröselt schon. Boah, Junge. Da drin auch noch dunkle Schokoladencreme, glaube ich, oder? Boah. Boah. Mmmh. Boah. Auf jeden Fall ein Schatzmilch. Auf jeden Fall. Aber er sieht... Er sieht krasser aus, als er jetzt so schmeckt. Also, was weiß ich? Das ist gar nicht so ein starkes Schoko. Genau, das ist gar nicht so ein starkes Schoko-Ding. Es sieht viel krasser aus. Auf der Verpackung sowieso, oder? Aber da auf der Verpackung ist eine weiße Creme drin. Haben wir das verarscht, oder was? Haben die uns verarscht? Oh mein Gott, die haben die Creme vergessen. Die Füllung. Aber ich hatte keine Füllung. Das war's von uns, Leute. Sehr geil. Kuss geht raus an alle Osteuropäer. Ich schreibe gerne unter Nico Tage. Ob wir irgendwas davon kennen. Nico meinte, er kennt davon nichts aus seiner Kindheit. Wer weiß? Nico durfte nie Schokolade essen. Ansonsten schreibt gerne unten, was es in Osteuropa für Snacks gibt. Und was wir vielleicht noch probieren sollten. Vielen Dank an die Leute. Link ist in der Beschreibung. Checkt die ab, falls ihr Bock auf so eine Box habt. Mal schauen, was für Länder ich noch so reinbekomme. Korea abgehakt. Osteuropa abgehakt. Amerika abgehakt. Wobei, da wollen wir auch gar keine Box haben. Wisst du was von uns? Ihr wisst Bescheid. Gib mir ein Like, Kommentar, Abo. Check die Videos auf. Folgt uns auf Twitch, Instagram. Vergesst nicht, Serious Business.